... auch von unserer Walzer-Formation, übrigens, soll es Ihnen gefallen haben, meine jungen Damen und Herren, Sie können da auch mitmachen bei unserer Formation, besonders Walzer-Formation und später auch Parteiformation, nehmen immer wieder begeisterte junge Leute auf. Und jetzt, wie schon mal gekündigt, der Irish Treppdance unter der Leitung von Barth, die schon seit 10 Jahren von unserer Tanzschule tätig ist. Sie hat drei erste Preise bereits in Wien erhoben mit dieser Gruppe aus 10- bis 16-jährigen jungen Menschen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.